Kreischen die Gitarren, wummernde Bässe, hysterische Fans. Pontus J. Beck führt als Rockmusiker ein wildes Leben. Doch die Angst vor dem Tod ist sein ständiger Begleiter und der Wodka sein scheinbar bester Freund. Herzlich willkommen bei Mensch Gott und herzlich willkommen Pontus J. Beck. Vielen Dank. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie Rockmusiker werden wollen? Den Traum hatte ich schon als kleines Kind. Ich habe schon mit drei Jahren Rock Around the Clock gesungen. One, two, three o'clock Rock. Die erste Gitarre hatte ich mit vier. Ich habe zuerst gelernt, Blues zu spielen. Elvis Presley habe ich gern gehört. Ich wollte so sein wie er. Diesen Kindheitstraum habe ich über viele Jahre am Leben erhalten. Wann haben Sie zum ersten Mal in einer Band gespielt? Meine erste Band, The Killers, bestand nur aus einem Schlagzeuger und mir. Wir waren damals zehn Jahre alt. Unsere Konzerte fanden in einer Garage statt. Meine Cousine war unser erster Fan und hat sogar eine Karte gekauft. So hat das angefangen. Das war schon witzig. Irgendwann haben Sie es geschafft. Sie wurden berühmt. Mit welchen Bands haben Sie gespielt? Das waren über die Jahre unterschiedliche Bands. Angefangen hat es 1995, als ich Mickey Moody von Whitesnake kennengelernt habe. Im Laufe der Zeit habe ich dann zum Beispiel mit Mitgliedern von Leonard Skinner, Molly Hatchet, Status Quo, Mickey Moody von Whitesnake, Cinderella und Tangier gespielt. Aber das waren alles ganz normale Typen. Stimmt das Klischee von Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Manche versuchen dem gerecht zu werden. Bei mir ging es mehr um Drogen und Rock'n'Roll, weil ich schon mit 18 meine große Liebe kennengelernt habe. Diese Beziehungen, meine Ehe, waren mir immer sehr wichtig. Mit Drogen und Rock'n'Roll kannten Sie sich also aus. Wie war das? Das hat keinen Spaß gemacht. Weil ich ohne Alkohol und Drogen nicht überleben konnte. Ich bin schon sehr früh Alkoholiker geworden. Der Alkohol hat mich begleitet, seit ich zwölf Jahre alt war. Denn da habe ich meine erste Flasche aufgemacht. Mit zwölf Jahren die erste Flasche Alkohol. Wie viel haben Sie mit 25 pro Tag getrunken? Das weiß ich nicht genau. Ich habe es nicht gezählt. Aber ich habe jeden Tag eine Menge Bier und flaschenweise Wodka getrunken. Und es ist immer schlimmer geworden. Zwischen 2001 und 2004 hatte ich beim Ausnüchtern meinen ersten Krampfanfall. Ich bin ins Krankenhaus, weil ich Hilfe brauchte. Als der Alkoholpegel in meinem Blut unter zwei Promille gesunken ist, kam der Krampfanfall. Es waren vermutlich drei Flaschen Wodka täglich. Wie sah so ein Tag während einer Tour aus, als Sie drei Flaschen Wodka getrunken haben? Ich musste schon im Bett trinken, um überhaupt aufstehen zu können. Ich habe gezittert, hatte einen Kater. Ich konnte kaum essen, habe schlecht geschlafen und war auch meistens betrunken. Um 10 Uhr morgens, richtig? Um aus dem Bett zu kommen? Ja. Ja, 10 Uhr morgens. Ich bin zwischen 5 und 6 Uhr ins Bett, hatte wenig Schlaf. Den ganzen Tag über habe ich getrunken, Drogen genommen, Hasch geraucht und solche Dinge. Können Sie sich an eine besonders schlimme Situation erinnern? Es gibt so viele miese Erlebnisse von den Touren. Wir mussten sogar einen persönlichen Assistenten einstellen, der sich um mich kümmert und mir die Angst nimmt. Bei ein paar Konzerten in Holland musste er hinter mir stehen und mich stützen, während ich gespielt und gesungen habe. Ich habe vor lauter Angst hyperventiliert. Sie sprechen von Ängsten. Wovor haben Sie sich gefürchtet? Dem Tod. Ich hatte Todesangst. Ich dachte jeden Tag, dass ich sterbe. Ich hatte jeden Tag einen Kater und dachte, ich werde sterben. Ich habe mich mies gefühlt, jeden Tag. Ich dachte, ich sterbe. Wann ist Ihnen diese Angst zum ersten Mal bewusst geworden? Da war ich noch ganz klein. Ein guter Freund meiner Familie ist gestorben und ich habe die Trauer meiner Eltern gesehen. Ihre Tränen und die Tränen seiner Familie. Ich habe ihn lieb gehabt. Und plötzlich war er weg. Ich wusste nicht, wo er hingegangen ist oder was passiert, wenn wir sterben. Ich denke, viele fragen sich, was passiert nach dem Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Für mich war wegen der Tränen und Trauer klar, es muss etwas Schreckliches sein. Man verschwindet einfach und keiner weiß, wohin. Dazu kam, ich wusste auch nicht, woher ich komme. Meine leibliche Mutter hat mich nach der Geburt weggegeben. Ich war drei oder vier Jahre alt, als seine Cousine mir erzählte, dass ich nicht zur Familie gehöre und woanders herkomme. Ich fühlte mich verloren, weil ich keine Identität hatte. Ich wusste weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Im Grunde genommen wusste ich nicht, wer ich bin. Haben Sie bei Gott oder in der Religion Hilfe gesucht? Nein. Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich wurde adoptiert und habe meine Eltern geliebt. Ich hatte eine tolle Kindheit. Heute wünsche ich mir, ich hätte damals mit meinen Eltern über meine Ängste gesprochen. Aber ich dachte, darüber redet man nicht. Ich weiß noch, dass ich als Kind Albträume hatte und solche Dinge. Mit zwölf Jahren bin ich zum Konfirmationsunterricht gegangen. Und in der Schule haben sie uns Religion beigebracht. Und wir haben die Bibel gelesen. Ich weiß noch, dass wir eine Kinderbibel mit Bildern hatten. Und ich erinnere mich immer noch an die Bilder von Jesus, wie er Menschen geheilt hat. Aber wirklich an Gott geglaubt habe ich nicht. Als Teenager wurden Sie Rockmusiker und reisten um die Welt. Das hat erst 1995 angefangen. Alkoholabhängig war ich aber schon als Teenager. Ich habe in kleinen Bands gespielt und die Gitarre auch mal für ein paar Jahre beiseite gelegt und andere Sachen gemacht. Ich habe eine Firma geleitet. Die ist aber wegen meiner Sucht bankrott gegangen. 1995 bin ich nach London gegangen und zum ersten Mal auf Tour. Da war ich 23. Wie sieht dein Leben auf Tour aus? Wie lange dauert eine Tour? Das hängt von der Tour ab. Manchmal ist es nur eine Woche. Aber ich habe in vielen Bands gespielt. Manchmal war ich in drei Bands gleichzeitig. Da kam es vor, dass ich zwei oder drei Monate nicht zu Hause war. Einmal war ich mit Skinny Molly auf einer Tour, die in London endete. Dort habe ich übernachtet, bin am nächsten Morgen nach Italien geflogen und habe da die nächste Tour gestartet. Mit einer Band aus New York. Die Touren hingen praktisch zusammen. Ich war selten zu Hause. Sie haben Ihre erste große Liebe geheiratet und waren dauernd auf Tour. Hat Ihnen die Familie gefehlt? Immer. Sie hatten schon Kinder? Ja. 1994 kam unser Sohn Sebastian zur Welt. 1997 die Zwillinge Jennifer und Jessica. 1999 kam unsere jüngste Tochter Jeanette. Und diese Kinder hatten nie wirklich einen Vater. Weil ich war immer weg. Haben Sie etwas von deren Kindheit mitbekommen? Haben Sie sich verstanden, miteinander gespielt oder gesprochen am Telefon? Ich habe mit ihnen telefoniert. Aber ein Kind spürt, ob ein Elternteil betrunken ist. Wenn ich nicht die Kurve kriege, bekommt mein Kind das mit. Wir haben Ihren Sohn dazu befragt. Schauen wir mal, was er sagt. Wie hat Eure Beziehung ausgesehen? Mein Papa war meistens auf Tour. Wenn er zu Hause war, war er betrunken. Wie war dein Vater? Voll. Besoffen. Verzeihung, aber das ist ein vernichtendes Urteil für Sie als Vater. Er war besoffen. Besoffen, ja. Ich war betrunken. Er sagt die Wahrheit. Es war schwer zu akzeptieren, dass ich meiner Familie als Alkoholiker so viele Jahre wehgetan habe. Wie sind Sie mit diesem Gefühl klargekommen? Einerseits wollten Sie nach Hause haben, Ihre Familie vermisst, andererseits waren Sie auf Tour. Ich konnte nicht aufhören zu trinken. Das war Teil meines Lebens. Ich war so abhängig. Schon als Teenager hat man mir gesagt, du musst mit dem Trinken aufhören, sonst wirst du abhängig. Ich dachte immer, so weit kommt es nicht. Warum sollte das ausgerechnet mir passieren? Aber ich war ein schwerer Alkoholiker. Deswegen galt mein erster Gedanke immer dem Alkohol. Es war wichtiger Geld für Alkohol zu haben, als für das Essen meiner Familie. Mein Körper konnte ohne Alkohol nicht überleben. Haben Sie mit jemandem über Ihre Probleme gesprochen? Ja. Mit einem Freund, den ich im gleichen Jahr kennengelernt habe wie meine Frau. Er war immer für mich da. Ich wusste, dass er Christ ist. Aber er hat mich oder meinen Lebensstil nie verurteilt. Er hat mir zugehört und mir Hoffnung zugesprochen. Weil ich mit Christen schlechte Erfahrungen gemacht habe, wollte ich aber weder mit Gott noch mit Jesus etwas zu tun haben. Ich habe erlebt, dass Christen Lügen über mich verbreitet, mich verurteilt oder auf mich herabgesehen haben. Mir war auch klar, dass viele Dinge stimmen, die sie über mich erzählt haben. Aber man kann eine Person nicht für Jesus begeistern, wenn man ihr sagt, du bist Satans Sohn. Oder du bist besessen. Wenn ich nicht an Gott oder die Bibel glaube, wie kann ich dann an böse Geister oder Dämonen glauben? Ich dachte, alle Christen sind verrückt. Sie glauben an Dämonen und böse Geister. Ich wollte nicht hören, was sie gesagt haben. Und was hat Ihnen dieser Freund erzählt? Er hat mir immer gesagt, dass es Hoffnung gibt, dass Jesus mich liebt, dass es mir schadet, wenn ich trinke. Aber das wusste ich ja. Das Wichtigste war, er hat mir zugehört. Wenn ich jemandem meine Probleme erzähle, bewirkt das was. Aber das gilt auch für meine Ängste. Wenn ich vor lauter Angst gesagt habe, ich glaube, ich sterbe, habe ich mir eingebildet, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ich wurde Hypochonder. Ich habe mir nahezu jede Krankheit eingebildet. Was ich gesagt habe, habe ich natürlich mit meinen eigenen Ohren gehört und es dann geglaubt. Das war ein Teufelskreis. Diese Hypochonder-Sache. Ja, genau. Ich habe Krankheiten wie Krebs, Herzanfall, Hirnschlag ausgesprochen und dann geglaubt, dass ich darunter leide. Sie haben auf sich selbst gehört? Ja, ich habe meine eigenen Worte gehört. Und dann dachten Sie, Sie haben die Krankheit. Wie fühlte sich das an? Schrecklich. Vor lauter Angst konnte ich nicht mehr klar denken. Wenn ich nur ein bisschen krank war, habe ich sofort das Schlimmste angenommen. Es war immer gleich Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ich habe in medizinischen Büchern oder online Gründe für meine Probleme gesucht. Dadurch kannte ich alle Nebenwirkungen. Wenn ich zu Hause war, mussten wir jeden zweiten Tag ins Krankenhaus, weil ich dachte, dass ich krank bin. Und im Krankenhaus konnte man Ihnen helfen? Ja, die haben gesagt, alles ist in Ordnung, hören Sie auf zu trinken und alles wird gut. Ihre Angst hat Sie zum Hypochonder gemacht. Sie waren alkoholkrank und Sie hatten eine Familie. Was war zwischen den Touren, wenn Sie zum Beispiel auf einer Fähre saßen oder auf einen Zug oder Bus warten mussten? Worüber haben Sie danach gedacht? Den nächsten Drink. Ich hatte einen in der Hand und habe schon über den nächsten nachgedacht. Selbst zu Hause haben Sie gedacht, wo ist der nächste Drink? Nein, es gab Zeiten, in denen ich mein Leben ändern wollte. Ich wollte ein besserer Vater und Ehemann sein. Es hat nun nie geklappt. Ich habe häufig versucht, aus eigener Kraft die Finger vom Alkohol und den Drogen zu lassen. Ohne Erfolg. Wussten Ihre Bandmitglieder, dass Sie Alkoholiker sind? Wie haben die reagiert? Sehr negativ. Das war ein Problem. Ich bin wegen meiner schweren Sucht für die ganze Band ein Problem geworden. Bitte erklären Sie das. Zum Beispiel, ich war ein Wrack, konnte meine Leistung nicht bringen. Irgendwie habe ich es noch hinbekommen zu spielen. Aber zwischen den Shows war ich ein Wrack. Ich habe rumgemeckert, hatte Angst. Ich war keine angenehme Gesellschaft. Sie sagten, Sie hatten einen persönlichen Assistenten? Ja, seine Aufgabe war mir zu sagen, dass ich nicht sterbe. Jedes Mal, wenn ich Todesangst hatte, sollte er mir sagen, du wirst nicht sterben. Ich habe diese positive Aussage gehört und geglaubt. Danach ging es mir besser. Wie häufig hat er das pro Tag gesagt? Das weiß ich nicht genau. Aber sehr häufig. Einmal hat er gesagt, wir werden alle sterben. Dann wurde er gefeuert. Aus der Band? Ja, aus der Tourcrew. Es war die falsche Antwort. Haben Sie versucht, den Alkohol mit einer Entgiftung loszuwerden? Ja, das war zur Zeit, als ich den Krampfanfall hatte. Ich habe mich 2004 selbst in eine Klinik eingewiesen. Bin aber nur 20 Minuten geblieben und dann mit einem Taxi nach Hause gefahren. Da hatte ich meinen Anfall. Im Taxi. Er ähnelt einem epileptischen Anfall. Ich bin im Krankenhaus wieder aufgewacht und überall war Blut. Ich hatte meine Zunge in Stücke gebissen und war in lauter Schläuche angeschlossen. Die Ärzte sagten, sie bringen sich um. So können sie nicht weitermachen. Was haben Sie im Krankenhaus gemacht? Ich bin ein paar Tage dort geblieben, habe Medikamente bekommen und war ein paar Tage nüchtern. Aber ich habe noch Drogen genommen. Mit Christen wollte ich nichts zu tun haben. Ich bin noch getourt, habe aber nicht mehr getrunken. Ich bin meinen Kollegen wie Mike Estes von Leonard Skinner sehr dankbar. Während ich trocken war, hat er auch nicht getrunken. Er kannte mein Problem und hat mich unterstützt. Losgegangen ist es wieder bei einem Rückflug nach Hause. Keine Ahnung, wie viele Monate ich trocken war. Aber ich saß am Flughafen und ein paar Leute haben Bier getrunken. Da dachte ich, ich werde auch ein Bier trinken. Und das habe ich dann gemacht. Im Flughafen? Ja, dann kam das zweite. Im Flughafen? Im Flugzeug. Das dritte habe ich im Flugzeug getrunken. Eine Zeit lang hat Bier gereicht. Ich war stolz, dass ich nur Bier getrunken habe und keinen Kater hatte. Es waren sechs Bier. Jeden Abend. Aber dann, in Finnland ist es ziemlich kalt und irgendwann habe ich eine Grippe bekommen und mich an Jägermeister erinnert. Früher konnte ich ohne Probleme eine Flasche Jägermeister trinken. Also habe ich eine kleine Flasche als Medizin gekauft. Ich habe mich selbst belogen. Als ich die Wärme des Alkohols spürte, ist mein Körper wieder auf den Geschmack gekommen. Ich habe jeden Abend sechs bis zwölf Bier und eine kleine Flasche Jägermeister getrunken. Dann wollte ich Geld sparen. Eine kleine Flasche kostet umgerechnet mehr als eine große Flasche. Ich wollte jeden Abend nur einen kleinen Schluck trinken. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Flasche an einem Abend getrunken. Am nächsten Morgen waren Angst und Panik wieder da und ich hatte einen Kater. Was macht man? Man kauft sich die nächste Flasche. Und dann ging alles von vorne los. Im März 2006 kam dann der Totalabsturz. Sie waren im Hotel. Was ist passiert? Nun, wir waren schon drei Wochen auf Tour. Ich hatte schlecht geschlafen und kaum was gegessen. Ich habe gezittert und außer Trinken ging eigentlich nichts mehr. Ich hatte Magengeschwüre und habe Blut erbrochen. Beim Konzert in Helsinki habe ich es dann zum ersten Mal völlig vermasselt. Ich war so betrunken, dass ich nicht mehr spielen konnte und die anderen Musiker beeinträchtigt habe. Sogar der Promoter hat mir gesagt, dass ich zu betrunken bin. Ich habe mich dann im Hotelzimmer eingeschlossen. Ich hatte eine Riesenangst und war sicher, dass ich sterbe. Ich habe mir einen Herzinfarkt eingebildet und sogar einen Notfallarzt kommen lassen. Aber es war alles okay. In der Nacht war ich ganz allein. Und es gab nur zwei Leute, mit denen ich telefoniert habe. Meine Frau war noch wach. Sie hat mich beruhigt, dass in der Nacht nichts passieren wird. Tagsüber habe ich meinen Freund angerufen, der mir immer von Jesus erzählt hat und für mich beten wollte. Aber ich habe ihm gesagt, er soll das lassen. Und wen haben Sie aus dem Hotelzimmer angerufen? Am 1. März habe ich meinen christlichen Freund angerufen. Er hat etwas ganz Besonderes gesagt, nämlich, heute ist der Tag deiner Rettung. Du musst Jesus dein Leben anvertrauen. Als er das gesagt hat, habe ich mich an meine Konfirmation und die Bilder von Jesus aus meiner Kindheit erinnert, dass er am Kreuz gestorben ist. Das kam ganz plötzlich hoch. Mir war auf einmal klar, dass Jesus mein Retter ist und dass er auch für mich gestorben ist. Ich wollte dieses kostenlose Geschenk der Rettung, aber ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich dachte, ich müsste einen Termin in der Kirche machen, ein Formular ausfüllen, auf dem steht, ich möchte errettet werden, meine Sozialversicherungsnummer angeben und eine Gebühr bezahlen. Keine Ahnung, warum ich das glaubte. Aber ich dachte, ich muss eine Errettungssteuer von 70 Euro bezahlen, bekomme einen Stempel und muss damit zu einem Priester oder dem Papst. Und dann wären sie gerettet? So funktioniert das nicht, hat mein Freund gesagt. Jesus ist jetzt bei dir. Du musst nur erkennen, dass du Sünder bist. Das war überhaupt kein Problem. Ich fühlte mich so schlecht, weil meine Familie immer zu Hause war, meine Kinder keinen Vater hatten und ich einfach ein Wrack war. Mein Freund sagte, wenn du es wirklich ernst meinst, kannst du jetzt gerettet werden. Wir können jetzt beten, dass du Jesus dein Leben übergibst. Das haben wir gemacht. Ich war sehr aufgeregt und sicher, dass Jesus mir sofort hilft. Dass sie sofort gesund sind. Genau, ich dachte, alles passiert sofort. Aber ich habe nichts gespürt. Das war enttäuschend. Ich habe das Telefon aufgelegt, mich aufs Bett gesetzt, die Hände gefaltet und gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, hilf mir. Ich habe so mit ihm gesprochen, als ob er neben mir sitzt. So habe ich noch nie mit Jesus gesprochen. Ich habe ihm meine Probleme erzählt. Ich möchte einfach nur schlafen. Ich kann nicht schlafen. Viele Jahre habe ich nur 15 Minuten geschlafen und bin dann zitternd aufgewacht. Dann habe ich so lange Wodka vom Nachttisch getrunken, bis seine Wirkung eingesetzt hat. Dann bin ich runtergekommen und konnte schlafen. Ich habe ihm gesagt, so möchte ich nicht mehr leben. Ich will schlafen können. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, dass ich acht Stunden später aufgewacht bin. Eine ganze Nacht voller Schlaf. Ja. Jahrelang habe ich keine ganze Nacht durchgeschlafen. Heute weiß ich, Jesus hat mein Gebet erhört. Ich war erholt, konnte das Hotel verlassen und etwas essen. Ich hatte wieder Energie. Wir konnten die restlichen Auftritte machen und dann ging es nach Hause. Und Sie wurden ein anständiger Christ, der jeden Sonntag in die Kirche geht? Nein. Ich wollte nicht in die Kirche. Ich wollte nicht, dass die Christen mich verurteilen und mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich lange Haare und tätowierte Arme habe. Was hätten Sie gesagt, wenn Sie Pastor wären und ich so in Ihre Gemeinde gekommen wäre? Mir wäre das vollkommen egal. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass es Christen gibt, denen das wichtig ist. Sie urteilen aufgrund von Äußerlichkeiten. Wahrscheinlich haben sie gehört, dass ich Alkoholiker war. Sie verlangen Anzug und Krawatte. Davon hatte ich genug. Bei manchen Christen ist mir übel geworden. Was war in dieser Phase mit dem Alkohol und Ihren Ängsten? Wissen Sie, Jesus hat mich freigemacht. Aber ich habe weiter Drogen genommen. Ich habe Hasch geraucht, aber nichts getrunken. Die Leute in meiner Heimatstadt haben gesagt, Pontus, was ist anders? Du bist nüchtern. Ich habe erzählt, dass ich mit dem Trinken aufgehört habe. Das war ein Fehler. Denn nicht ich habe mit dem Trinken aufgehört, sondern Jesus hat mich freigemacht. Das hätte ich aus eigener Kraft nie geschafft. Jesus hat mich freigemacht. Aber ich habe seinen Ruhm mir zugeschrieben. Danke für Ihre Offenheit. Nach 20 Jahren als Alkoholiker sucht der finnische Rockmusiker Pontus J. Beck Hilfe bei Gott. Doch nach dem Gebet wird es erst mal nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Er stürzt völlig ab. Sein Leben ist in Gefahr. Darüber und über seine dramatische Rettung reden wir das nächste Mal. Wenn Sie schon vorher mehr wissen möchten, schauen Sie vorbei in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal bei Mensch-Gott. Begegnungen zwischen Himmel und Erde. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 1414 oder per Mail an menschgott.erf.de ?